Herzlich willkommen zur Astlepios-Informationssendung. Das Herz pumpt unser Blut durch unseren Körper und versorgt ihn mit Nährstoffen. Normalerweise schlägt das Herz 60 bis 80 Mal pro Minute. Aber es kann auch Herzrhythmusstörungen geben und über die sprechen wir heute. Bei mir ist Privatdozent Dr. Gerian Grünefeld. Er ist Chefarzt der Kardiologie an der Astlepios-Klinik Barmbeck. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Grünefeld. Vielen Dank. Sagen Sie uns, was sind genau Herzrhythmusstörungen? Sie haben ja schon gesagt, das Herz schlägt 60 bis 80 Mal. Das ist fast wie ein Uhrwerk, gesteuert von elektrischen Impulsen, einen regelmäßigen, reinen Herzschlag. Das nennt man einen gesunden Herzrhythmus. Und wenn dieser Rhythmus durch Extraschläge, Aussetzer oder zu schnelle oder zu langsame Schläge aus dem Takt kommt, dann reden wir von Herzrhythmusstörungen. Sie haben ja jetzt schon angedeutet, da gibt es eine Menge unterschiedlicher Arten. Welche Arten unterscheiden Sie da? Also man darf vielleicht vorweg sagen, Herzrhythmusstörungen gehören zum Leben. Ich sage wie Atmen und Schlafen. Das gesunde Herz hat durchaus in seiner Natur mal stolperer Aussetzer, die völlig gesund und natürlich sind. Und es ist vielleicht interessant zu wissen, dass ein wirklich schwerstkrankes Herz, nur das ganz schwerkranke Herz, bevor es stirbt, so regelmäßig wie ein Uhrwerk schlägt, weil das Herz an den Fäden des vegetativen Nervensystems hängt. Also Rhythmusstörungen per se gibt es sehr viele. Die meisten sind völlig harmlos. Wir unterscheiden schnelle Rhythmusstörungen von langsam. Das ist so eine ganz grobe, subjektive Einschätzung, weil das der Patient uns so erklären kann. Wir unterscheiden dann aber im Krankheitsbild selber die Rhythmusstörungen anders, je nachdem, ob eine Herzkrankheit auch im Ultraschall oder an den Kranzadern vorliegt oder ob diese Rhythmusstörungen völlig allein entsteht auf dem elektrischen System des Herzens. Also wir unterscheiden zwischen Rhythmusstörungen bei strukturgesundem Herzen als eigene Erkrankung und den Rhythmusstörungen bei schwer kranken Herzen wie bei Zustand nach Herzinfarkt. Da war jetzt eine ganze Menge schon dabei, was bei mir Fragen aufwirft. Also das Herz, das es überhaupt schlägt, hat ja etwas zu tun mit Elektrik. Das haben Sie ja auch schon angedeutet. Können Sie uns das erklären, wie das funktioniert? Ja, das Herz hat einen kleinen Taktgeber. Das ist ein Zellhaufen, der regelmäßig elektrische Impulse aussendet. Und dieses gesteuert tut nach unserem Bedarf. Das heißt, wenn man entspannt ist, gibt es 40 oder 50 Impulse ab. Und bei jungen sportlich trainierten sogar darunter. Es gibt gar keine kritische Grenze, wo wir sagen, allein von der Zahl ist es gefährlich. Und dieser kleine Taktgeber, der kann natürlich erkranken, der kann entzünden, der kann durch Durchblutungsstörungen ausfallen. Und dann kommt es zu Herzrhythmusstörungen, die der Patient merkt. Zum Beispiel durch Herzrasen, zum Beispiel durch Stolpern, zum Beispiel durch das nächtliche Hören am Kopfkissen, wo man plötzlich wahrnimmt, das taktet nicht so, wie ich es gewohnt bin. Früher habe ich es gar nicht gemerkt. Und dann hat man selber erst mal das Wort Rhythmusstörungen im Ohr. Und dann geht man zum Arzt und sagt, ich glaube, ich spüre, mein Herz schlägt nicht regelmäßig. Und dann sagt der Arzt, wir untersuchen mal, welche Rhythmusstörungen Sie haben. Und das ist ja nun ganz normal, dass das Herz schneller und langsamer schlägt. Das kann ja durchaus auch mal ein Puls von 130 sein nach Sport. Oder vielleicht nur von 50, wenn man vielleicht gut trainiert ist oder sehr ausgeruht ist. Manchmal macht man auch ein Herz stolpern, was gar nicht so schlimm sein soll, sagen ja manche Ärzte. Woher weiß ich denn, wann ich zum Arzt gehen soll? Also spätestens dann, wenn wirklich Symptome dazukommen, die nicht nur ein Extraschlag oder ein verspürter Aussetzer, sondern Symptome wie Schwäche, Sehstörungen, Ohnmachten, Übelkeit, Schwitzen, verbunden mit Rhythmusstörungen, dann ist die Wirkung der Rhythmusstörungen auf den Kreislauf so stark, dass man schon von alleine wahrscheinlich sagt, jetzt muss ich mal zum Arzt. Und was macht der dann? Der würde wahrscheinlich als erstes ein EKG aufzeichnen, um zu gucken. Denn in der Herzstromkurve, so eine relativ schnell zu machende Untersuchung, sieht der Arzt oft schon beim ersten Blick, um was es sich handelt. Viele dieser Rhythmusstörungen sind ja, wie ich gesagt habe, harmlos. Und der Arzt kann dann auch sehr schnell Entwarnung geben. Aber ein EKG ist immer der Goldstandard, um überhaupt nachzuweisen, was findet im Herzen elektrisch statt und wo gibt es Extraschläge oder Aussetzer. Und wenn jetzt diese Aussetzer oder Extraschläge nur ab und zu auftauchen und ausgerechnet jetzt beim Arzt ist alles schier, was mache ich dann? Das ist der große Achillesferse der gesamten Rhythmusdiagnostik, dass viele Rhythmusstörungen nicht dauernd da sind. Und dass die Patienten das aber sehr überzeugend schildern und dass man dann danach suchen muss. Wir haben ja Langzeitrekorder, wo die Patienten EKGs für ein oder zwei Tage mit sich tragen, verkabelt an so kleinen Kassettenrekordern. Es gibt inzwischen auch Rekorder, die man sieben Tage trägt oder so ein kleines Telefon, was man sich im Falle von Rhythmusstörungen selber auf die Brust drückt und dann ein EKG überträgt. Die ganz moderne Variante ist jetzt sogar ein implantierbares Gerät, was so groß ist wie so ein kleiner Chip und das wird unter die Haut gelegt. Und das kann permanent die Rhythmusüberwachung auf einen Internetserver geben und da wird es dann elektronisch ausgewertet. Und sobald da was auffällig ist, wird der Arzt informiert. Das ist so der letzte Schrei in der Diagnostik. Ja und dennoch eine große medizinische Entwicklung und auch sicherlich aufwendig, was ja auch darauf hindeutet, dass Herzrhythmusstörungen durchaus gefährlich sein können. Warum denn eigentlich? Das sind dann die Sachen, wo wir als Kliniker wirklich in Frage und ins Spiel kommen. Ich habe gesagt, 95 Prozent der Rhythmusstörungen sind harmlos und gehören auch zum Teil zur Natur dazu. Aber in dem Moment, wo natürlich Gefahren von diesen Rhythmusstörungen ausgehen, dass der Patient bewusstlos wird oder dass Durchblutungsstörungen im Gehirn zu einem Schlaganfall führen und das sind häufige Komplikationen bei unerkannten Rhythmusstörungen, da muss der Arzt dann behandeln. Und was kann er tun? Er kann die Rhythmusstörungen direkt versuchen zu beseitigen. Man kann das sogar heilen. Viele Rhythmusstörungen sind heilbar. Und das hat die Medizin ja nicht oft, dass man etwas komplett heilen kann. Aber es gibt auch viele, die man nur eingrenzt und in ihrer Häufigkeit und in ihrer subjektiven Wirkung ein bisschen bessert durch Medikamente. Neben den Medikamenten kommt der Schrittmacher oder der implantierbare Defibrillator zum Einsatz. Und seit 10, 15 Jahren ja mit größerer Erfahrung und wirklich jetzt weiterem Indikationsspektrum, heißt also mehr und mehr Krankheiten aus dem Kapitel der Rhythmologie, auch der Katheter, der Rhythmuskatheter oder der sogenannte Ablationskatheter. Könnten wir uns vielleicht ein Beispiel von einer bestimmten Herzrhythmusstörung rausnehmen, um da jetzt mal dran zu erklären, wie man die therapieren kann? Ja, also nehmen wir auch mal ruhig einen jungen Menschen, einen 25-jährigen Studenten, der sagt, er hat seit 4, 5 Jahren immer wieder Herzrasen. Das peinigt ihn fürchterlich und der kommt in die Klinik und dann ist alles vorbei. Und dann sagt der Notarzt, es war wahrscheinlich eine Einbildung, vielleicht ist er ein bisschen nervös, steht eine Prüfung davor, soldiers heart, also Aufregung. Und er sagt, nein, nein, das kenne ich schon, aber das ist ganz anders und das war auch früher nicht. Und das passiert wiederholt und irgendwann gelingt es mal so ein EKG aufzuzeichnen, dann sieht man, der Puls liegt bei 200. Das ist jenseits der Grenze, die normalerweise erreicht wird. Und wenn man dann das EKG hat, kann man relativ zielsicher sagen, dann handelt es sich oft um Kurzschlüsse im Herzen bei gesunden Patienten. Und das ist ja hier ein ganz nettes Modell, könnten wir ja mal drauf zeigen. Ja, gerne. Nehmt es ruhig. Die Darstellung von Rhythmusstörungen an so einem Modell ist schwierig, weil dieses Modell eigentlich nur Muskeln, Adern, große Gefäße darstellt, aber nicht die elektrischen Bahnen des Herzens. Und wenn man dann dahinter guckt, was elektrisch im Herzen stattfindet, dann kann man sich so, wie das hier, wie so ein Kabelbaum aussieht, sehr schön vorstellen. Hier sitzt ein Taktgeber am Übergang hier oben zum rechten Herzvorhof. Und hier ist die Herzkammer. Das wird quasi in einem Punkt gesammelt. Der regelmäßige Herzschlag kommt über diesen AV-Knoten und kontrahiert das Herz. Das heißt, dieser elektrische Rhythmus wird gefolgt von einem mechanischen Herzschlag. Und wenn wir jetzt ein EKG haben, dann können wir oft schon aufgrund des EKGs sagen, es gibt einen Kurzschluss in diesem elektrischen Kabelbaum. Und dieser Kurzschluss liegt entweder hier im Bereich der Vorhöfe oder er liegt im Bereich der Kammern. Und dann kann man tatsächlich heute sehr, sehr effektiv und bei vielen Rhythmusstörungen durch einen Zugang von der Leiste Herzkatheter bis in diese Regionen im Herzen vorbringen, so wie wir das ja auch beim klassischen Herzkatheter machen. Nur, dass dieser elektrische Katheter dann die Möglichkeit hat, durch eine kleine Wärmeabgabe diesen Kurzschluss zu veröden. Was genau verödet er denn da? Er verödet die kleinen elektrischen, nicht natürlich idealen kleinen Leitungen im Herzen, diese Kurzschlussleitungen, direkt im Inneren der Herzkammern oder der Herzvorhöfe. Also ich frage nochmal ein bisschen weiter, denn das Herz ist ja so ein Wunder. Also man kann sich ja vieles erklären, wenn man weiß, dass das Herz da ist, aber vor dem Herzen gibt es ja auch noch was, sonst würde es ja nicht schlagen. Und diese elektrischen Impulse, die da entstehen, wo entstehen die? Sind das Zellen, sind das Fasern? Ja, das sind Fasern. Und das sind im Prinzip Fasern, die in jedem normalen Herzen vorhanden sind, aber die dann manchmal einfach ihre Funktionen übertreiben. Denn Rhythmusstörungen kann auch jeder Herz gesunder entwickeln. Man muss also nicht einen Herzinfarkt gehabt haben. Das kann auch bei völlig herzgesunden sein, aufgrund der natürlichen Reizleitungen, die unter bestimmten Bedingungen, wie gesagt, auch gesunden Bedingungen, Kurzschlüsse produzieren. Und das kann man sehr gezielt veröden und man macht dann tatsächlich ein kleines Stückchen Herznerv kaputt, da wo es nicht nötig ist, wo es tatsächlich nur Schaden anrichtet. Lässt man dann diese, ich sag mal, aus der Kontrolle geratene Zelle oder Faser absterben? Ja, die wird verkauft. Die wird verödet durch einen Thermoimpuls, das ist gar nicht so heiß. Der Katheter hat drei, vier Millimeter Durchmesser. Und Sie können sich das nicht vorstellen wie ein Bügeleisen, wo man den Strom anschaltet und wärmt es, sondern das ist eine Energieform, die man quasi auf Sekunden genau steuern kann. Und Sie schalten den an, der wird etwa 55 Grad warm. Und dann gibt es im Gefäß oder auch im Herzen innen einfach Eiweiß, was dann verkocht. Und wo Sie dann eine winzig kleine Narbe haben, die aber so klein ist, dass es nicht zu Grinseln kommt, dass es nicht zu Löchern im Herzen kommt und dass die tatsächliche Elektrik des Herzens wieder in Ordnung gebracht wird. Das ist sehr sensationell, muss man auch sagen. Das ist ja eine Technik, die ist nicht neu, aber ist in den letzten zehn Jahren so viel weiter verfeinert worden, dass wir viele, viele Rhythmusstörungen heute sicher heilen können, die früher die Leute lebenslang geplagt haben. Und woran erkennen Sie während der Operation, ob Sie jetzt all die Störzellen, Störfasern erwischt haben? Man macht das unter einer kontrollierten Röntchensicht. Man hat Röntchen zur Kontrolle, wo man sitzt. Man guckt das EKG selber an im Laufenden. Und man kann dann auch während der Untersuchung Stromimpulse abgeben und Zeiten messen, sodass man also den Erfolg auch belegen kann. Und man versucht, die Rhythmusstörungen sogar am Ende der Prozedur nochmal auszulösen. Und wenn das nicht mehr geht, dann gehen wir von einem akuten Erfolg aus. Und in vielen Fällen ist das dann wirklich eine Heilung. Also auch so, dass das Herzrasen bei unseren Beispielen Patienten nicht mehr auftaucht würde? Nie wieder auftaucht und ihn auch wirklich nie wieder einholt. Da gibt es dann auch wenig Rückfälle, Gott sei Dank. Wie ist das denn danach? Also wie lange dauert die OP so? Das hängt davon ab. Das kann in 30 Minuten erledigt sein. Das kann aber auch mal drei, vier Stunden dauern. Je nachdem, wie komplex und wie krank der Patient ist. Und manche haben, das entdeckt man dann erst zwei oder drei Sorten von Rhythmusstörungen, die alle in eine ähnliche Kategorie gehen, aber die man alle angehen muss. Das kann also durchaus auch eine lange Prozedur sein. Die Elektrophysiologen, die speziellen Kardiologen, die das behandeln, müssen immer sehr geduldig sein. Und der Patient, ist der narkotisiert in der Zeit oder schläft der? Der hat eine kleine Schlafspritze. In der Regel machen wir keine künstliche Beatmung, also keine Vollnarkose. Intubationsnarkose ist immer mit einem Risiko verbunden, aber wir kriegen da eine Sauerstoffmaske, ein bisschen was zu schlafen. Oder einen kleinen CD-Spieler aufs Ohr, sodass sie ihre eigene Musik hören können und dann dabei einschlafen. Schmerzhaft ist das erfreulicherweise nicht. Man macht es in Lokalbetäubung. Die Stelle am Bein wird betäubt mit Lokalanästhetikum. Aber im Herzen merkt man eigentlich kaum was, außer dieser Extraschläge. Und das benutzen wir auch und sagen den Patienten, sind das die Rhythmusstörungen, die du kennst? Und er sagt, ja, genau so fühlt sich das an. Dann wissen wir, da müssen wir hin. Vor der OP? Während der OP. Während der OP. Er schläft nicht so tief, dass man ihn schicken kann. Und dann fragen wir, ist das das, was du kennst oder was sie kennen? Nicht jeden Dutzner. Und dann sagt er, ja, genau so ist das. Das kenne ich. Jetzt der junge Mann sagt, genau so habe ich das. Und Gott sei Dank ist es jetzt mal, dass es jemand sieht. Und dann sage ich, wahrscheinlich ist das das letzte Mal, denn das kann man wegmachen. Und danach, also ich nehme an, Aufwachraum, dann vielleicht wieder im Krankenzimmer. Ja, man kann am nächsten Tag nach Hause. Tatsächlich. Das sind kleine Prozüger. Das ist anders, wenn Sie jetzt nicht so junge, gesunde Menschen haben, sondern wenn Sie mal ans andere Ende der Krankenhauspatienten denken. Und Sie haben natürlich Rhythmusstörungen auch bei 75, 85-Jährigen, schwer Herzkranken. Wir haben auch Rhythmusstörungen, die man nicht mit dem Katheter behandeln kann, wo Schrittmacher oder Defibrillator zum Einsatz kommen. Das sind Gott sei Dank die selteneren Fälle. Aber die Menschen brauchen ja auch Hilfe. Und in vielen Fällen ist diese Rhythmusstörung dann, wenn sie bedrohlich ist, auch durch den Arzt sozusagen vorsorglich behandelt. Auch da kommt der Katheter schon zunehmend zum Einsatz. Aber der ist dann noch nicht so endgültig zuverlässig, dass wir zum Beispiel ganz auf den Schrittmacher oder Defibrillator verzichten würden. Um nochmal beim Katheter zu bleiben, von dem man ja doch häufig hört, hat man Nebenwirkungen im Auge, die man als Mediziner von vornherein dann auch schon handeln muss? Ja, das Hauptproblem immer, wenn man Fremdkörper im Patienten bewegt, sind Gerinnsel, Blutgerinnsel, die dann abschwimmen. Da wir ja meistens auf der venösen Seite arbeiten, ist das in vielen Fällen nicht so bedrohlich. Aber wenn man im Herzen durch die Herzscheidewand mit den Kathetern passiert, also auf die linke Seite des arteriellen Herzstromgebiets kommt, dann sind Gerinnsel gefährlich, weil sie im Kopf oder in den Organen landen können. Und darum muss man eine starke Blutverdünnung nicht nur machen, sondern auch überwachen und durchhalten. Und die Patienten werden natürlich darüber aufgeklärt, dass solche Komplikationen auftreten können. Aber Gott sei Dank sind die sehr selten geworden. Die Verfahren sind sehr fein und elegant und wirklich schwere Komplikationen sind heute die Ausnahme. Vielen Dank für diese interessanten Informationen über Ihr Arbeitsgebiet. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com-nachtvorlesungen und auf YouTube. Machen Sie es gut! Untertitelung des ZDF für funk, 2017